Hi, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Michael. Ich finde es schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben ja gesagt, wir stellen dir mal was Spannendes vor im letzten Video, nämlich die Frage Hufbearbeitung per App geht das. Und ich danke dir und euch allen erstmal für die vielen, vielen Kommentare, die ihr geschrieben habt. Und ja, meine Resonanz war eigentlich, oder eure Resonanz, dass ihr das eine spannende Sache findet. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich noch ein paar Videos dazu machen möchte. Und heute geht es eigentlich um das zentrale Element bei dieser Hufbearbeitungs App, nämlich um den Hufpass. Ja, du hast richtig gehört, diese App wird Hufpässe beinhalten. Und ich will jetzt mal erklären und zeigen, was denn ein Hufpass für dein Pferd alles beinhaltet und was er dir auch über dein Pferd sagen kann. Also das ist jetzt ein Hufpass für ein Pferd, das nennt sich Maddox. Und ich muss gleich vorweg sagen, das ist noch die webbasierte Variante. Du weißt ja, wir machen da eine App draus, die am 15.12. erscheint. Das heißt, alles, was ich dir jetzt zeige, wirst du auch in der App haben, natürlich etwas benutzerfreundlicher, so dass du das direkt mit dem Handy an deinem Pferd nutzen kannst. Spannender aber an dem System, an dem Hufpass, sind jetzt die einzelnen Bearbeitungstermine und die zeige ich dir jetzt. Also so sieht das Innenleben eines Hufpasses aus. Ein Hufpass besteht nämlich aus den Einträgen einer Bearbeitung. Du siehst, wir haben hier einmal den 29.8. und hier den 25.10. Also etwa zwei Monate, knapp zwei Monate zwischen den einzelnen Bearbeitungsterminen. Und was hat man gemacht? Man hat über die Analyse den Huf vor der Bearbeitung analysiert und hier hochgeladen. Und dann hat man ihn auch nach der Bearbeitung hochgeladen. Und so entstehen immer Bildpärchen, also hier zum Beispiel vorne links vorher nachher oder hier hinten rechts vorher nachher. Und jedes Mal, wenn ein Huf hochgeladen wird, wird natürlich die Ungleichbelastung analysiert. Und was hier, glaube ich, sofort auffällt, das sind diese gelben Daumen, die wir haben. Das sind jetzt Hufe, wo sich durch die Bearbeitung die Ungleichbelastung sehr gut verändert hat. Sie ist weniger geworden. Das heißt jetzt nicht, dass dort, wo kein Daumen ist, das schlecht gelaufen ist. Nee, aber bei diesen gelben Daumen, bei diesen Hufen ist es einfach besonders gut gelaufen. Was auffällig ist, wir gehen gleich auch mal in so ein Bild rein, in so ein Hufpaar, ist die Veränderung in der Dysbalance vorher nachher. Schauen wir mal da unten, 29.8. Guck mal, da war die Dysbalance vor der Bearbeitung, also die Ungleichbelastung, 22%. Und das ist ein Durchschnittswert. Du kannst nicht davon ausgehen, dass Hufe bei Pferden komplett gleichbelastet sind. Das sind sie nie, weil jedes Pferd hat ein bestimmtes Gangbild, wird vielleicht unterschiedlich trainiert oder hat eine bestimmte Gliedmaßstellung. Also Hufe sind immer irgendwie ungleichbelastet. So, jetzt wurde er aber bearbeitet und siehst, in dem Fall hier unten wurde diese Ungleichbelastung richtig gut reduziert, nämlich von 22 auf 12%. Das heißt fast halbiert, Pima Daumen fast halbiert. Und das ist ein sehr guter Wert. Du darfst auch nicht erwarten, dass nach einer Bearbeitung hier 0 steht. Das würde bedeuten, dass ein Pferd völlig gleichmäßig auf einmal steht und läuft. Es geht aber darum, was ist für dieses Pferd passend. Und das ist natürlich etwas, was man vor Ort dann auch diskutieren muss oder sich einfach anschauen muss. Aber du siehst, hier wurde sie deutlich reduziert. Da oben nicht so stark bei diesem zweiten Termin. Da ging sie nur etwas zurück. Und ich kann dir so verraten, es waren zwei unterschiedliche Hufbearbeiter. Das heißt, man sieht hier so ein bisschen auch die persönliche Handschrift. Schauen wir uns das aber mal genauer an. Gehen wir mal in einen Termin rein. Ich nehme mal den Huf da unten. So, jetzt habe ich das mal aufgeklickt. Und jetzt siehst du, der hat eine Ungleichbelastung. Da oben steht es, er ist mitteldiagonal rechts. Also ein diagonaler Huf. Da oben rechts ist mehr und da unten links ist mehr. Deswegen ist er diagonal. Und der wurde jetzt bearbeitet. Jetzt gehe ich einfach mal ins Weiter. Und so sah er danach aus. Ich glaube, man sieht es sofort mit dem Auge. Ich gehe nochmal zurück. Das sieht schon deutlich besser aus. Und auch die Zahlen zeigen dir das. Er ist jetzt nur noch leicht diagonal belastet. Du siehst, dieses MH, dieser Mehrwert an Horn, ist zurückgegangen. Wir haben hier in der Summe, oben haben wir jetzt 8 und 1, also irgendwie 10. Und vorher hatten wir 34. Und das ist also eine deutliche Zurückführung. Er ist auch nicht ganz regelmäßig geworden. Passt einfach auch nicht zu dem Pferd. Aber dafür gab es einfach den Daumen hoch für diese deutliche Reduktion. Und du kannst dir vorstellen, damit kann man sich eigentlich am Pferd überprüfen. Man kann trainieren und man kann auch lernen. Das ist, finde ich, was richtig Spannendes an dieser Hufbearbeitungs-App. Du kannst direkt auf neutraler Basis sehen, was hast du gemacht. Ich will dir noch was anderes zeigen. Hier haben wir nochmal ein Hufpaar hier hinten. Und wenn ich das mal aufmache, dann siehst du, der ist rot hinterlegt, dieser Huf. Huf, die rot hinterlegt sind in der App, sagen dir, der ist ein bisschen stark ungleich belastet. In dem Fall siehst du, der ist einseitig belastet. Da, wo weiß ist, ist mehr Last drauf. Also weniger Horn und da drüben ist mehr Horn. Das ist hinten rechts und da sagt die App, das könnte etwas zu viel sein. Da könnte man natürlich auch überlegen, ob man irgendwann das verbindet mit Daten, mit Werten zu möglichen Erkrankungen, die ein Pferd haben kann. Das ist alles denkbar. Und schauen wir uns mal an, was in der Bearbeitung daraus wurde. Es wurde das draus und du siehst, das Rot ist weg. Also die Ungleichbelastung ist reduziert worden. Aber wir haben immer noch einen einseitig belasteten Huf. Aber der Bearbeiter vor Ort hat entschieden, das ist für dieses Pferd in dieser Situation passend. Also ist das ein guter Huf für dieses Pferd. Das zeigt dir nochmal, es geht nicht darum, auf Null zu gehen, sondern eine Verbesserung individuell fürs Pferd durchzuführen. Wenn du da über Jahre hinweg oder Monate das Ganze dokumentierst, dann hast du wirklich ein Gesundheitsdokument für dein Pferd. Du kannst genau sagen oder zeigen, wie ein Huf sich entwickelt. Vielen Dank, dass du heute dabei warst bei diesem Film. Und wie immer, schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon hältst, was deine Ideen sind oder auch vielleicht Wünsche, die du an diese App hast. Also nutze die Gelegenheit. Also in dem Sinne, danke und bis zum nächsten Mal.